Das Beste am Vater sein. Dass man im Alter nicht alleine ist, das finde ich schon mal schön. Also wenn ich es mir mit allen verscherzt habe, ich habe so viele Kinder, einer wird immer kommen zu Weihnachten. Das finde ich, da freue ich mich. Im Programm heißt es manchmal, zu Hause ist zur Zeit, wenn meine Midlife-Crisis auf die Pubertät der Kinder trifft. Das ist eine toxische Mischung, oder? Ach, toxisch ist es nicht, ist lustig. Wie gesagt, ich überspitze ja die Sachen, weil ich weiß, Pubertät ist bei vielen, zu Hause ist so ein Reizthema. Aber manchmal weiß ich auch nicht, ob ich der Pubertierende bin. Also meine Kinder sind manchmal erwachsener und vernünftiger als ich. Also von daher hältst du dir die Waage. Manchmal fragen sie auch, wann gehst du wieder auf Tournee. Dann merke ich, okay, jetzt merke ich. Der Alte muss jetzt weg wieder. Ich hoffe, dass meine Kinder jetzt die Sendung hier nicht sehen. Wir waren krasser. Kann man nicht ganz ausschließen. Wir waren krasser gewesen. Also das, was wir in der Pubertät gemacht haben, also ich glaube, dass ich so ein richtiges Arschlochkind war. Also richtig nervig. Ich bin abgehauen, die Polizei hat mich gesucht und so. Ich habe Scheiben eingeschlagen in der Schule und also richtig Blödsinn gemacht. Wir hatten auch eine Standleitung, die Lehrer zu meinen Eltern, das Thema angerufen haben. Und so was habe ich nicht. Da gingen Sie in Ihre Kinder eher spießig? Spießig würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr angenehm. Also man merkt, dass sie in der Pubertät sind. Einige, aber es ist nicht nervig für mich. Sind Sie ein guter Vater? Also ich bemühe mich, gut zu sein. Weiß aber auch durch Therapie und durch Erfahrung, dass ich nicht perfekt bin und das auch nicht sein möchte. Okay. Aber ich glaube, ich hoffe, dass meine Kinder mich in 20 Jahren besuchen kommen und nicht sagen, nee, zu Papa gehen wir nicht, der war mal so doof.